Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Lachs mit Zitronensoße. Mit diesem Lachs mit Zitronensoße konnte sogar der Freund der Verfasserin zum Fischessen animiert werden. Ist einfach mal was anderes als die üblichen Soßen. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm Bandnudeln, 300 Gramm Lachs, 2 Zwiebeln, 100 Milliliter trockenen Riesling oder einen anderen Weißwein Ihrer Wahl, 200 Milliliter Sahne, Gemüsebrühe oder Würfelbrühe, Soßenbinder, viel Basilikum, 2 Zitronen, frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer, Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Pfanne, Zubereitung Lachs in große Würfel schneiden, eine halbe Zitrone in Scheiben schneiden und den Rest auspressen. Lachs mit den Zitronenscheiben in einer Pfanne anbraten, dann wieder rausnehmen und die Zitronenscheiben entfernen. Zwiebeln würfeln, anbraten, mit Weißwein ablöschen und die Sahne mit Brühe zufügen. Die Soße nicht mehr kochen lassen, sonst gerinnt sie. Die Soße mit Soßenbinder anlegen. Den Lachs wieder zur Soße und nochmals erwärmen und den Rest Zitronensaft zur Soße geben. Als Beilagen eignen sich mit Pasta anrichten und servieren. Tomatensalat, Gurkensalat, Insalata Mister, Krautsalat oder Kopfsalat. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Untertitelung aufgrund der Zubereitung